Hallo, mein lieber Chef, guten Morgen. Chef, wenn du Lust und Zeit hast, heute Mittag, bitte vorbei, komm essen mit uns zusammen. Fatmir bezahlen, Fatmir. Ja, weil Kosovo am Wochenende gewonnen. Ja, er hat 2-1 gewonnen, Fatmir richtig glücklich, heute Morgen schon Kaffee zahlen bei uns. Ganze Zeit arbeiten und singen. Der hat Burik bestellt, Burik. Warum keine Torte? Chef, bei Albanern ist Burik wie Torte, weißt du. Wenn bei denen Kinder Geburtstag feiern, die Burik machen diese Kerze in die Mitte und singen Happy Birthday to you. Ja, ja. Weil Torte viel zu viel Zeit nehmen, die haben keine Zeit, Chef. Torte muss man schneiden, dann verteilen, dann aufpassen, das nicht umkippen und die Albaner haben keine Zeit dafür, weil die müssen schwarz arbeiten, arbeiten, Baustelle wartet, weißt du. Keine Nachtisch, nee, nee, weil Serbien gewonnen gegen Schweiz. Und deswegen ein bisschen auch traurig, ja. Und er hat gesagt, wenn Schweiz gewinnen, in Serbien Baklau aufbringen, aber leider verloren, ja. Vielleicht nächstes Mal. Aber du kommst auf jeden Fall, sehr gut, Chef, wir warten auf dich. Danke, dass du da hast.